Hi Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Dieses Jahr haben wir, ja, das kann man nicht so richtig jetzt schon Weihnachten feiern, weil dann der Virus, aber dank dem Virus, können wir trotzdem halt Weihnachten feiern, müssen halt Abstand anhalten. Aber vielleicht reden wir, vielleicht, ja, weil hier bei mir, wo ich wohne, fällt dann den Corona das große Vatteln aus, leider. Naja, aber jetzt sag ich euch mal, ich sag euch mal, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Von meinem Fußballverein Deo, und da habe ich nochmal so ein Deo bekommen, ein Vorstell von Borussia Dortmund habe ich auch noch bekommen, von meinem Fußballverein, und natürlich ein Merch von einem YouTuber, und zwar der Luca Polé. Den werde ich mal, den sehe ich, den werde ich auch noch, in laufenden, in meinem Video auch mal anziehen, also wenn ich nicht nochmal wieder ein Video mache, werde ich das auch sehen, irgendwie, ja, also, das sehe ich auch mal in der laufenden Woche nochmal an, vielleicht warten, und dann mache ich nochmal vielleicht mal ein Video, und ja, und dann tut der Wunsch, und ja, Hut rein und schau schau, bis denne, euer MCKOM, Meier, 2020.